Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Folge 334 am 9. März 2024. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Ganz einfache, unvorbereitete Frage. Kannst du uns nochmal kurz erklären, was Buy & Build ist? Bei Build ist, würde ich sagen, die Strategie, offen gegenüber Übernahmen zu sein, also Firmen zu akquirieren. Gleichzeitig versuchen die natürlich organisch wachsen zu lassen, also Übernahmen kaufen, Buy und Build aufbauen. So eine typische Strategie, sowohl im Private-Equity-Business, aber auch sehr stark mit Private-Equity verbunden. Aber kann natürlich auch jede andere große Firma. Cisco zum Beispiel ist so ein sehr starker Akquisiteur, die sehr, sehr viele Firmen übernommen haben in der Vergangenheit. Oder Oracle, glaube ich, auch. Sehr, sehr gut. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe heute ein bisschen mich in Constellation Software eingelesen und da kommen wir gleich noch drauf. Da gab es das und das andere, was immer wieder zum Vorschein gekommen ist, sind VMS-Software. Hast du eine Idee, was das sein könnte? VMS. Also im Zusammenhang mit Constellation Software könnte es Vertical Markets oder sowas heißen wahrscheinlich oder Vertical Market SMB oder irgendwie sowas? 100 Punkte, Virtual Market Software, also Nischen-Software entwickelt für eine gewisse Branche, hohe Margen und so weiter. Die kleine, schöne Software, die für den Mittelstand oder Governments oder so zusammengekleistert wurde und deswegen sehr sticky ist und kaum ausgebaut wird. Dazu kommen wir später. Vorher ein bisschen AI-Talk. Hat AI ein Überproblem? Also zu viel Funding und deswegen geht keiner mehr in den Markt? Oder was ist die große News, die die letzten Tage über AI geschwebt ist? Außer Elon, der natürlich immer wieder ein bisschen Stress macht. Ja, es gab ein Opinion-Piece, also ein Meinungsartikel bei The Information aus berufendem Munde von Tim O'Reilly, also dem Schöpfer, ist er Schöpfer des Begriffes Web 2.0 eigentlich? Weiß ich gar nicht. Also früher war er ein großer Tech-Publizist. Also er sagt, der Artikel ist überschrieben, AI has a Nuber-Problem. A handful of deep-pocketed investors distorts the market, fueling a race for monopoly that inhibits product-market fit. Die Grundaussage ist eigentlich diese, nämlich dass die, also sowohl die größten VCs, die natürlich viel investieren, aber auch die großen Magnificent Seven Companies, die statten diese, also die größten AI-Startups, eben so ein Entropic oder OpenAI oder Mistral, mit so viel Geld aus, dass sie damit so eine Art Kingmaker werden könnten, dass andere AI-Startups eventuell dann auch nur noch akquiriert werden oder dass diese sich so schnell entwickeln können mit dem Geld in so einer Art Hyperscaling-Modus, dass das insofern die Märkte, ja Distorts, wie soll man sagen, nicht behindert, das führt zum Marktversagen, das ist eine deutsche Übersetzung, Distorts, wie wird es das? Verzerrt, ja, verzerrt ist ein gutes Wort dafür. Also es verzerrt quasi den natürlichen Markt. Er unterstellt, dass die Menschen, die diese Investments, diese Investmententscheidung treiben, erinnert, dass keine Glaskugel haben und will damit sagen, sie wissen eigentlich nicht, was das für ein Produkt werden wird. Und das könnte man schon mal insofern unterschreiben, dass es ja immer wieder teilweise auch günstige Modelle gibt, siehe Mixtral oder auch Cloud, die dann den scheinbaren Führer sehr schnell überholen. Also du hast Google und OpenAI sehr weit vorne und dann hat Cloud3 jetzt, ich meine, die sind auch schon mit sehr viel Funding ausgestattet, fairerweise, aber nochmal einen großen Fortschritt gemacht. Vorher war es eben Mistral, Mixtral, die sehr schnell sehr weit gekommen sind. Und was er glaubt ist quasi, dass der effizientere Wettbewerbsmechanismus wäre, wenn es einfach viele kleine Startups gäbe, die sind mit weniger Geld ausgerüstet, Schritt für Schritt um Milestone für Milestone kämpfen, statt eben diese drei, vier großen Player mit Milliarden voll zu pumpen, die dann Image, Video, Textmodelle, alles gleichzeitig machen. Weil am Ende ist es so, als wenn du am Anfang schon entscheidest damit, wer der König ist. So war es ja bei Uber, der hat am Ende das Kapital. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Execution da komplett daneben war, aber natürlich entscheidet schon auch Kapital damit. Ein gutes Beispiel ist, dass Uber wahrscheinlich nicht allein dadurch so groß geworden ist, weil sie die beste App oder das beste Fahrernetzwerk hatten. Sondern hauptsächlich, weil sie beide Seiten des Marktplatzes mit unheimlich großen Discounts versorgt hatten. Auch bei Grab, nicht nur Uber, überall auf der Welt, wo dieses Modell war. Hat man die Nachfrage eigentlich so stimuliert, dass ob das Produkt noch wirklich gut war oder zu dem Preis gut war, nachrangig war. Weil wenn mich jemand für 50% des Preises Taxi fahren lässt, natürlich nehme ich das dann selbst, wenn es das schlechte Produkt ist. Und man kann diskutieren, dass in manchen Städten Uber kein besseren Service. Also da, wo es eine gute Taxi-App gibt, ist Uber teilweise teurer. Bietet nicht zwangsläufig den besseren Service. Ist manchmal nicht schneller da und so weiter. Das heißt, das hat zum Teil eben nicht der Markt oder das Produkt oder die Nutzer entschieden, sondern es wurde über Incentives sehr groß. Und irgendwann ist es dann so groß, dass es dann zwangsläufig besser funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter Hyperscaling, dass man eine gewisse Größe braucht, bevor manche Modelle starke Netzwerkeffekte entwickeln oder wirklich gut funktionieren. Und er kritisiert quasi, dass das in AI eigentlich gar nicht so absehbar ist. Also warum soll Vinod Kostler wissen, jetzt nur als Beispiel, ob OpenAI oder Entropic oder Mistral oder was weiß ich, der Gewinner ist. Und dann wäre es insofern ineffizient, dass wir die potenziell vielleicht besseren Ansätze gar nicht sehen werden, weil die drei frühen Vorläufer jetzt schon so stark gefundet werden, dass sie einerseits durch Regulierung es den Nachfolgen schwerer machen können, dass sie selber zu Akquisiteuren werden und entweder das Personal, also du kannst sagen, sie kaufen die ganzen Entwickler und Entwicklerinnen viel zu teuer ein. Das stört andere dabei, irgendwie was aufzubauen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwarz-weiß. Also ich glaube, da ist durchaus was dran. Fakt ist, du brauchst einfach auch, es gibt auch Modelle, gerade Hardware-Modelle, die er nennt als Beispiel zum Beispiel SpaceX oder Tesla. Da musst du Fabriken bauen, du musst Rampen bauen für die Starships. Da brauchst du einfach hohe Anlaufverluste oder hohe CapEx. Da ist das gerechtfertigt. Steckt man es in Discounts, ist es eben vielleicht weniger sinnvoll, dabei rauszufinden, ob man Frog Market Fit hat oder nicht. Und die Frage ist eigentlich so ein bisschen, ist ein I-Model eher ein Uber oder eher ein Tesla? Und ich glaube, es liegt eigentlich dazwischen, weil du hast ja hohen Kapitalbedarf dadurch, dass das Trainieren so teuer ist. Das kostet ja bekanntermaßen dreistellige Millionenbeträge teilweise. Andererseits, wie gesagt, auch das geht günstiger. Die Open-Source-Community schafft das günstiger. Und vielleicht ließe man sich mehr Zeit, könnte man mehr Ansätze in Ruhe probieren und würde vielleicht zu effizienteren Lösungen kommen. Davon bin ich sogar relativ stark überzeugt. Und was hier jetzt die Frage ist, ist sozusagen dieser Brute-Force-Approach besser oder schlechter? Ja, und man könnte durchaus argumentieren, dass wenn du sagst, AI ist die nächste Entwicklungsstufe oder AGI wird die nächste Entwicklungsstufe der Menschheit sein, sollten wir das dann nicht so schnell wie möglich erreichen. So, weil es hängt ja Leben davon ab. Wir könnten Krankheiten früher heilen, wir könnten Menschen besser bilden, wir könnten medizinische Versorgung gleichmäßiger auf der Welt verteilen. Und sollten wir jetzt darauf setzen, dass wir den besten Wettbewerb haben oder sollten wir darauf setzen, so schnell wie möglich voranzukommen. Und ich bin ein bisschen unentschieden, wie man vielleicht hört. Also andererseits bin ich immer für faire Märkte und fairen Wettbewerb. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass man das auch maximal beschleunigen will und dass Investoren den Wunsch haben, so ein Kingmaker zu werden, ist auch klar. Und was er noch sagt, lustigerweise, das was ich damals bei dem Mistral-Deal erwähnt hatte, dass die Mathematik nicht so richtig funktioniert, weil die Investoren eben nicht ihr Geld zurücksehen wollen, sondern weil sie hundertmal ihr Geld eigentlich zurücksehen wollen, als wie sie es, beziehungsweise in den later Stages vielleicht auch nur zehn, zwanzig Mal. Oder vielleicht reicht manchmal auch fünf bis zehn Mal das Geld zurückzusehen, weil das Risiko ja vermeintlich zumindest ein bisschen niedriger ist schon teilweise. Und die Firmen ja auch eigentlich Umsätze machen. Aber das erwähnt er quasi auch noch. Hast du eine Meinung dazu? Also, auf welcher Seite bist du? Ist es nicht ganz normaler Kapitalismus? Also, am Ende hatten wir das doch bei allen Startups so ein bisschen. Davor war es halt Softbank oder Tiger, die irgendwie entschieden haben, die kriegen am meisten Kohle und wir glauben daran, dass das am besten funktioniert. Und wir leben nun mal in einer Welt, in der Geld allokiert wird und Wetten gemacht wird und damit man dann große Returns bekommt. Also, was ist denn die Lösung? Also, dass VCs Geld verlieren oder Returns bekommen, beides finde ich total akzeptabel. Also, da muss man jetzt nicht traurig sein. Die Frage ist, werden dadurch die besseren Produkte gebaut? Also, entsteht dadurch die bessere Technologie, die besseren Geschäftsmodelle, die besseren Produkte? Ich glaube, das ist eigentlich die Grundfrage. Und man sieht ja in der letzten Übertreibung, du hast gerade so ein Softbank, Tiger erwähnt, da war der Anspruch ja oft, wir hauen da jetzt einmal anderthalb Milliarden rein und dann wird das schon die größte Firma, die größte Dogwalking Service von Nordamerika. Und dann lesen wir jetzt aber gleichzeitig ganz oft, dass Firmen für irgendwie 50 Millionen verkauft wurden, wo anderthalb Milliarden reingeflossen sind oder so. Also, dass der Crystal Ball nicht immer richtig ist. Also, natürlich haben VCs schon eine gute Trüffelnase, so glaube ich, oder zumindest einige. Das ist jetzt nicht so, dass die übermäßig daneben liegen. Aber es eben, ob wirklich das meiste Geld den effizientesten Player schafft, das, ja man müsste es auch einfach mal untersuchen vielleicht. Es ist so ein bisschen schade, dass es ist ein Meinungspiece und das kann ja einfach auch ein Narrativ bleiben. Aber es wäre natürlich spannend, wenn man dazu einfach mehr als anekdotische Evidenz hätte. Glaube ich, dann fände ich es nochmal deutlich spannender. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es aus diesen Firmen dann entsteht, aber vielleicht nicht gerade aus der Firma, die so viel Funding bekommen hat. Also, dass es dann in der zweiten oder im dritten Circle gibt von den Leuten oder von den Talenten, die in diesen Firmen gearbeitet haben. Also, stell dir vor, jemand, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Coworking, haben sich welche gefunden, die halt bei WeWork gelernt haben, wie es nicht funktioniert und machen es danach nochmal richtig mit wesentlich weniger Geld. Ja, aber ich glaube, die Angst ist weniger, dass es nicht funktioniert, sondern eher, dass es funktioniert, aber nicht das effizienteste Setup ist. Weil, also, so viel Geld, wie da drin ist, ist es wahrscheinlich, dass die Marktführer werden, einfach. Es ist nicht unmöglich, dass es nicht eintritt, glaube ich, aber es ist schon einigermaßen wahrscheinlich, dass einer der drei bekannten Player zumindest erstmal, glaube ich, sehr groß wird. Und dadurch, dass sie dann eine Geschäftsbeziehung zu fast jedem Kunden schon haben und so, wird es dann auf jeden Fall irgendwann deutlich schwerer. Und man hat ja in der Vergangenheit gelernt, wie die ersten Tech-Monopole sich sehr stark fortifiziert haben. Also, dass sie auch künstliche und regulatorische Modes aufbauen. Oder über Akquisitionen, die Facebook-Akquisitionen kann man nehmen, die Google-Akquisitionen, Android, Analytics, DoubleClick und so weiter. Dass, wenn man erstmal sozusagen Monopolist ist oder sehr, sehr groß, dann versucht man natürlich sehr schnell auch, sich abzusichern gegen all mögliche Risiken und Konkurrenten. Und man kann das schon so ein bisschen aus der letzten Epoche lernen. Man könnte aber auch lernen, dass die First Mover eigentlich nicht, es ist ja, Google war ja nicht der Erste im Suchbereich und Facebook war nicht das erste Social Network. Und von daher könnte man auch sagen, ist doch egal, ob das VC-Geld hier flöten geht. Es kann doch immer noch sein, dass aus dem Open-Source-Modell jemand ein besseres Application-Layer baut oder einen neuen Ansatz, um Trainingsdatenqualität zu verbessern oder so. Ja, und man hat auch schon mal gedacht, dass irgendwie AOL, Yahoo oder Nokia für immer oben waren. Ja, genau. Also den hat man bestimmt auch irgendwann mal vorgeworfen, dass sie ein Monopol sind und alles aufkaufen und so weiter. Ich glaube, es ist ein bisschen früh. Ich glaube, es ist ein Ansatz, den man im Kopf behalten sollte. Und die Gefahr besteht definitiv, dass das passiert. Aber man kann, glaube ich, nicht wegen vermeintlich, also ich finde es auch in den meisten Fällen nicht richtig, wegen vermeintlichen Gefahren proaktiv zu regulieren. Oder, ich meine, die Frage ist, kannst du das umkehren, was ist das Alternativ, was willst du stattdessen machen? Willst du es verbieten? Es gibt ja, es funktioniert ja jetzt so, es ist ein relativ freier Markt noch, es ist Kapitalismus, wie du richtig gesagt hast. Und was sollen wir jetzt verordnen, um das anders zu machen? Von daher ist es vielleicht auch nett, das zu erwähnen, aber die alternative Lösung besteht vielleicht gar nicht so richtig. Und es ist ja schon noch, dass alternative Ansätze gefandet werden. Und sei es nur von einzelnen Staaten, weil sie erstmal ein unabhängiges System haben wollen. Was natürlich jetzt auch nicht wahrscheinlich ist, dass das den besten Player langfristig rausbringt. Naja. Stell dir vor, wir nutzen alle gleich eine AI. Aus einem kleinen Land, das sich gedacht hat, wir machen das jetzt richtig. Ja. Man kann sich ja, ja, also, ich habe heute ein Update gemacht von meinem iPhone. Darf ich noch eine, weil wir gerade beim Thema AI sind. Ich habe noch eine spannende, auf Twitter und Instagram ist so ein Bild kursiert. Es hat jemand sich die Mühe gemacht, wir haben ja letztes Mal so beschrieben, dass Cloud3 diese 86%-Scores immer so ein, zwei Prozent besser als die bisher besten Modelle war in diesen verschiedenen Tests. Und jemand hat es jetzt auf eine viel einfache Skala gebracht, nämlich den IQ. Und nach der Logik hätte Cloud, wenn ich es richtig verstanden habe, den IQ eines Menschen. Also des durchschnittlichen Menschen, nämlich 101. Also ein bisschen überdurchschnittlich. Also Cloud ist so schlau wie ich, aber dich haben sie noch nicht erreicht. Was hast du gedacht, hast du euch nicht getraut zu sagen. Ja, also 101 wäre knapp über dem Durchschnitt der Menschen. Das heißt nicht, dass Cloud intelligenter ist als Menschen. Das heißt, dass Cloud Intelligenz-Tests inzwischen so gut lösen kann wie die Hälfte der Grog. Hier eine Grog-Fun oder wie das heißt. Also das lustige Modell von Grog ist übrigens ein Prozent über Random Guessing. Bei 63,5 und das ist ungefähr das Ergebnis, was man, ich glaube 62, 63 bekommt man mit wilden Raten schon. Und Grog ist so ein Prozent besser als das. Das ist das Grog mit K von I. Genau, genau, genau. Das Grog von XAI, genau. Aber ja, das zeigt, glaube ich, klar, wo der Weg hingeht, was die kognitiven Fähigkeiten der Modelle angeht. Und auch vor allen Dingen die Geschwindigkeit. Ich habe eben ein Update gefahren, iOS 17.4, weil ich mal schauen wollte, was Apple so macht mit Digital Market Act. Und habe eigentlich so wahnsinnig viel gesehen. Ein Feature, was für uns interessant sein könnte, ist, dass jetzt in der Podcast-App alle Podcasts transkriptiert sind. Also auch unsere schon. Und das andere ist natürlich Browsermäßig. Wenn du dann das Telefon aufmachst und auf Safari gehst, fragt du dich, was ist dein neuer Standardbrowser? Und überrascht war ich, dass sie mir als erstes einen Yandex anbieten. Das hätte ich jetzt nicht so ganz geerwartet. Aber ja, alle anderen Browsers sind auch dabei. Und du kannst jetzt auswählen. Was ich noch nicht gesehen habe und nicht gemerkt habe, ist, dass mir vorgeschlagen wird oder dass ich die gleiche Möglichkeit auch nochmal habe bei der Suche. Das hätte ich eigentlich auch erwartet. Und wir können ja in der nächsten Folge nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was der Digital Market Act ansagt. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das Erste, was ich bekomme, ein Browser aus Russland ist, oder? Yandex ist ein Russisches. Ich überlege gerade, wonach das geordnet ist. Oder ob es randomisiert ist, oder? Es ist bestimmt nicht randomisiert, aber ich sehe auch keinen richtigen Grund, wie sie es geordnet haben. Sagt mal die Reihenfolge. Yandex, DuckDuckGo, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Ecosia, Apple und danach kommt noch was. Ein bisschen wirkt es alphabetisch, aber Yandex war es da natürlich nicht rein. Und Chrome müsste dann ja auch weiter rum sein. Hm, komisch. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr denn auch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Lass uns lieber zu Constellation Software gehen. Vor Jahren habe ich mal so ein bisschen in den Mobilitätsmarkt geschaut, was man da so dazukaufen könnte. Da bin ich auf eine Firma gestoßen und mir wurde gesagt, so ja, das ist so ein verrückter Typ aus Kanada, der kauft alle Firmen, aber verkauft nichts. Also selbst, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, dass eine der Firmen darunter, Volaris, eine Firma hat, die unglaublich interessant ist und man die irgendwie als Stratege kaufen möchte, keine Chance. Dieser Mann verkauft nicht. Die letzten Monate, man kann schon fast sagen Jahre, wurden wir immer mal wieder angeschrieben, ob wir nicht Constellation Software uns mal anschauen sollten. Wir haben es nie so wirklich, oder wir haben es nie gemacht. Es hat irgendwie nie so richtig gepasst. Jetzt vor Tagen hat mir jemand gesagt, seine beiden Lieblingsfirmen wären Nvidia und Constellation Software. Und das habe ich gedacht, dann müssen wir es uns vielleicht mal anschauen. Jetzt im Vergleich, die letzten fünf Jahre. Kannst du mir nochmal sagen, wer das war? Weil ich würde definitiv gerne einen Haufen Hundescheiße dahin schicken. Kann ich machen. Kann man gerne machen. Also ich bereue den Tag, an dem wir beschlossen haben, das in den Sheet reinzumachen, weil es wirklich, es gibt ja einige Firmen, wo ich die Reporting-Logik nicht so gerne mag, aber das ist wirklich pain in the ass. Das ist so, also ohne Scheiß, nach zehn Minuten mich damit beschäftigen, habe ich gedacht, wenn ihr keine Investoren wollt, dann geht doch nicht an die Börse. Also wie die reporten, also hast du dir mal die Webseite angeschaut, die sieht halt aus, als wäre sie straight from the 90s. Und die, also Investor-Präsentationen gibt es nicht. Earnings-Calls haben sie abgesagt, kein Bock mehr drauf. Wie geht das? Also kann man das machen als Firma, die irgendwo gelistet ist? Wenn dir alles egal ist, kannst du wahrscheinlich das Minimum, ich glaube, sie sind auch nicht an der Nasdaq oder New York Stock Exchange gelistet, sondern nur in Kanada. Wir sind in Kanada. Symbol ist CSU, das kommt noch dazu, das Symbol ist CSU.to, weil es Toronto ist. Also auf den Reports steht nicht das Datum drauf, wann die rausgekommen sind, zumindest finde ich es nicht. Es ist angeht, laut KBMG ist es IFS-konform, aber eine Rohmarge findest du nicht, was irgendwie die R&D-Ausgaben wären, kannst du nicht ermitteln. Also aus irgendeiner Softwarelogik sehe ich darauf zu schauen, ist auf jeden Fall, also ganz zu schweigen davon, dass die Unterfirmen oder Segmente irgendwie ausgewiesen werden würden. Zumindest habe ich auch das nicht finden können auf Anhieb. Also das hat wirklich, dann wird das Q4 nicht einzeln ausgewiesen, das passiert bei drei, vier anderen Firmen auch, wo es nervt. Aber hier besonders nerve ich nochmal, das hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich, also ich habe überlegt, als ich die Hälfte schon eingetragen hatte in den Cheat, ob ich es einfach lösche, weil ich es so hasse. Dann hatte ich aber so viel, da dachte ich, ich schmeiße auf jeden Fall der schlechten Zeit noch Gute hinterher und habe es dann doch zumindest für zwei Jahre fertig gemacht. Aber vergnügungssteuerpflichtig war er schon mal nicht. Und es würde mir schwerfallen, irgendwas Gutes über diese Firma zu sagen. Aber erklären, erklären, ich hasse die wirklich für die Pässe. Also schlimmer als irgendeine Solarfirma, die ich das letzte Mal hier angeschleppt habe. Vergleichbar würde ich sagen, vergleichbar. Aber ich glaube, bei der Solarfirma würde ich noch unterstellen, es liegt ein bisschen an der Komplexität des Geschäftsmodells. Hier scheint mir die Intransparenz teilweise so ein bisschen Taktik zu sein. Also auch der Fakt, dass sie, also wenn du die Earnings-Calls ablässt und keine Präsentationen machst, nirgendwo aufstritzt auf irgendwelchen Capital Days oder so. Wie gesagt, das ist ein großer ausgestreckter Zeigefinger in Richtung der, sagen wir, Public Markets. Wirst du, würde ich sagen. Deswegen gibt es übrigens fast auch keinen Analyst. Ich verstehe jetzt auch, warum die Leute mal gefragt haben, weil es hat nämlich auch keinen Analyst-Bock darauf, sich mit dem Scheiß zu beschäftigen. Es gibt keinen Analyst-Coverage. Die Firma macht keine oder eine sehr, sehr, sehr eingeschränkte Guidance. Ja, was willst du denn auch dazu sagen? Also ja, wir werden schön Zahlen vorlesen natürlich. Es freut mich, dass ich dir deine Laune so positiv... War auch eine sehr entspannte Woche. Hat genau reingepasst in meine Ehre-Sache. Tut mir leid. Aber zum Vergleich, also die letzten fünf Jahre nicht ganz so gut gelaufen wie NVIDIA. Die sind irgendwie 2360 Prozent gelaufen, aber fast so gut wie Microsoft. Microsoft 270 Prozent die letzten fünf Jahre und Constellation Software 243 Prozent. Der Gründer sieht so ein bisschen aus wie einer der Frontmänner bei CC Top und kauft seit Jahren kleine Firmen auf. Also Nischen-Software, wir haben ja eben gesagt, VMS, Vertical Marketplace Software. Das Ganze hat er angefangen so 1995, damals noch so ein bisschen VC finanziert und von der Rentenkasse und hat halt einfach kleine Firmen gekauft und das Cashflow immer wieder genutzt, um mehr zu kaufen. Und ja, sein Secret ist, dass die Firmen halt sehr, sehr klein sind, die Teams sehr, sehr klein, die Verträge oft mit Firmen, die im Public Sector arbeiten oder Regierungen oder so sind und man einfach diese Verträge nicht kündigt. Und so hat er jetzt in den letzten Jahren über 600 Firmen gekauft und ist immer fleißig dabei. Das Ganze hat er so aufgebaut, dass er sechs verschiedene Holdingfirmen hat. Volaris ist da die einzige, die ich vom Namen mal kannte. Und die sind sehr autark, dürfen eigentlich machen, was sie wollen, kaufen, was sie wollen und das Ganze kann man dann als Aktie kaufen. Ein IPO haben sie gemacht 2006 und es gibt wohl ein paar Leute, die das wahnsinnig spannend finden. Ja, also was sie natürlich schaffen durch die Build-in-Buy-Strategie, also durch das kontinuierliche Übernehmen neuer Firmen, ist, dass sie ihnen sehr kontinuierlich Umsatzwachstum liefern können. Das führt natürlich auch dazu, dass du vermuten musst, dass die einzelnen Firmen organisch nur noch sehr beschränkt wachsen, sondern dass man eben immer mehr über Übernahmen wächst. Und ich glaube, was auch so ein bisschen schade ist, ist, dass das natürlich eine weitere Markthygiene vermissen lässt, nämlich, dass sie natürlich immer genau in den Quartalen, also wenn sie wissen, ein Quartal wird challenging, dann kaufst du, du kannst Übernahmen ja auch so ein bisschen time, also in welches Quartal ich die lege. Wenn ich weiß, Herbstquartal nächstes Jahr wird wahrscheinlich richtig schwach, dann mache ich die ganze due diligence und lege die Übernahme eigentlich schon, also das Signing oder die Konsolidierung dann vielleicht auch in das Quartal und dadurch kannst du natürlich deine Zahlen auch besonders schön glätten und dadurch sieht es dann auch wahrscheinlich so besonders nice aus. Vor allem bei kleinen Firmen kannst du das sehr gut machen. Also bei großen Firmen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da irgendwie ein Timing hinzulegen, aber bei kleinen ist es ja umso einfacher. Die kaufen ja meistens Firmen, die Gründer geführt sind, die irgendwie einstellige Millionen machen für ein geringes Multiple, die wenig Konkurrenz haben. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie zehn oder fünf, sieben Hyperscaler schauen, dass sie jetzt in das heißeste AI-Startup reinkommen. Ja genau, das sind eher langweilige Firmen, wo man davon ausgehen muss, dass sie nicht mehr stark wachsen und es ist so eine gewisse Private-Equity-Logik. Also ihr größter Konkurrent sind wahrscheinlich auch kleinere Private-Equity-Fonds, mit denen sie um die Deals kämpfen müssen. Wie auch immer, sie wachsen damit so 27% im letzten Jahr und haben eine operative Marge von 14% gehabt aufs Gesamtjahr. Also die Earnings entwickeln sich nicht so schön wie das Umsatzwachstum. Wie gesagt, Rohmarge oder sowas erfahren wir nicht. Man erfährt zum Beispiel auch nicht, wie viel R&D sie machen, sondern es gibt, die Kosten werden aufgelistet nach Staff-Hardware. Also man könnte jetzt sagen, Hardware zieht man ab. Dann gibt es noch Third-Party-License-Cost, kann man auch sagen. Dann zieht man Hardware-Third-Party-License ab. Dann hat man so eine Art Cost of Revenues, aber ein bisschen Staff ist ja auch Kost erfüllen. Dann Occupancy, kleiner Posten, Travel-Telecommunication-Supply-Supply-Supply. Also diese Bilanz sieht aus wie so ein BWA, die dir ein Mittelständler, also nicht mal ein Mittelständler, die dir ein Friseurstudio zuschickt. Der zwei drittgrößte Kosten-Posten ist Travel-Telecommunication-Supply-Software-Equipment. Das aber wahrscheinlich über hunderte von Firmen verstreut. Also ob die irgendwo R&D machen, ob die noch Sales machen, Marketing. Ich habe jetzt maximal kritisch formuliert und ich kenne die Firma nicht gut genug, um das zu wissen. So viel konnte ich mich jetzt leider noch nicht damit beschäftigen. Und meine Motivation bleibt auch niedrig weiterhin. Mein Verdacht wäre, dass, ich weiß nicht, ob sowas schon mal geschrieben wurde, aber mein Verdacht wäre, dass sie so fast so ein bisschen Rant-Seeking sind, dass sie halt öffentliche Unternehmen haben, denen sie immer so ein bisschen die Kosten erhöhen. Also ich glaube, Krankenhaus-Software ist zum Beispiel dabei, oder? Kann das sein? So, denen erhöhst du halt jedes Jahr die Preise schön um 5 Prozent, entwickelst genau keinen oder, keine Ahnung, machst immer mal einen Button, eine andere Farbe einmal im Jahr. Ansonsten sorgst du hauptsächlich per Lobbying dafür, dass das nicht geändert wird oder dass die Gesetzgebung so kompliziert ist, dass keiner da Bock hat, reinzugehen. Wie gesagt, man kann die Sales-Marketing-Quote nicht vergleichen mit anderen Unternehmen. R&D kannst du nicht vergleichen. Ich habe gelesen, dass sie das ausgerechnet nicht machen, dass sie eher so ein Anti-PE sind und jetzt nicht versuchen, die Firmen so wahnsinnig auszunutzen. Also sie würden keine Preise erhöhen, sie würden kein Cross-Selling machen, sie würden die Firmen alleine lassen. Das Einzige ist so ein bisschen Ratschläge geben und zu gucken, okay, was haben wir im Portfolio, können die Firmen untereinander lernen oder wie können Leute untereinander wechseln aus den 600 Firmen. Aber sie hätten halt einfach den Vorteil, dass die Firmen, die sie kaufen, langjährige Verträge haben und die Kunden auch nicht so wechselbereit sind. Ich glaube halt, das ist tatsächlich einfach nur kaufen, kaufen, kaufen. Also einen Prozess zu haben, um halt sehr, sehr viel, sehr planmäßig Firmen zu kaufen. Und was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum sie wirklich dieses Buy-and-Hold machen, also warum sie sich auch nicht von Firmen befreien würden. Aber dann würde wahrscheinlich auch mehr Publik werden. Also dann kann man den ganzen Haufen nicht mehr so schön als eines an der Börse zeigen. Sie haben eine Firma, haben sie mal, haben sie einen Spin-Off gemacht. Es gibt eine Unit, die wird so ein bisschen erklärt, als könnte das kleine Constellation-Software sein, Topicus. Die sind in Holland an der Börse und so als Fokus, ja, europäisch. Da wird hier und da gemunkelt, wenn man Constellation vor ein paar Jahren hätte kaufen wollen, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Ja, ansonsten die Bewertung ist auch saftig. Sekunde, was ist Kanadar-Dollar zu US-Dollar? Gerade 1,6? Das USD ist 0,7. Das ist nicht ganz 1,6. Sekunde. Also 80 Milliarden Kanadar-Dollar sind sie wert. Das wären dann rund 60 Milliarden US-Dollar bei 8,4 Milliarden Umsatz und nur 1,8 Milliarden Operating Cashflow. Finde ich auch relativ teuer. Ja, also Yahoo berechnet hier einen Forward-Price-Earnings von 37. Wachstum geht natürlich, Profitabilität ist gar nicht so, na gut, 16 Prozent, schlecht ist es nicht. 25 Prozent Revenue-Wachstum. Also da haben sie noch 2,5 Milliarden Net Debt eigentlich. Also haben ein bisschen Cash, aber auch viel Schulden. Was heißt viel? 2,5. Na gut, das macht bei der Market Cap auch keinen Unterschied mehr. Hast du gesagt, 8-mal Umsatz sind sie wert? Also hier steht 7-mal, ja. Aber das ist halt ihr großer Hebel. Sie kaufen halt für 1- bis 1,5-mal Umsatz, die Firmen. Und soweit sie in der Gruppe drin sind, sind sie halt 8- oder 7-mal so viel wert. Ja, genau. Dann ist so die typische Multiple-Arbitrage, das was so ein Razer oder Thrasio mit Amazon-Händlern probiert hat, das stimmt schon so. Also wie gesagt, die selber sind erstaunlich. Naja, doch, also ich. Na gut, es ist halt, es wirkt sehr berechenbar, dadurch, dass es auch so diversifiziert ist. Also selbst wenn da jetzt mal eine Firma pleite geht oder so, dann sinkt der Umsatz vielleicht um 2 Prozent. Also nee, also der sinkt nicht um 2 Prozent, sondern verfehlt um 2 Prozent die Erwartung. Und steigt trotzdem auf 14 Prozent wahrscheinlich. Das heißt, es ist natürlich sehr berechenbar, sehr gut diversifiziert. Das ist so, als hat es auch Dividendenrendite bestimmt, oder? Schütten die aus? Nee, nur minimal anscheinend. Ach nee, sie brauchen das, sie brauchen ja viel Cash für die Übernahmen. Ja, ich verstehe schon, warum man viel Geld dafür bezahlt, weil es halt sehr berechenbar wächst und eine gute Marge hat. Aber ja, also ich weiß unwahrscheinlich, dass ich und diese Firma Freunde werden. So viel Rendite können wir gar nicht erwirtschaften, dass der Pain im Doppelgänger-Sheet mir wieder gut gemacht wird. Schade. Also angeblich, der Grund für die angebliche Intransparenz oder für die Intransparenz ist, dass sie Angst hätten, dass ihnen die Deals weggeschnappt werden, sozusagen. Wenn die Firma zu durchsichtig wäre, dann würde man lernen können, wie sie die Firmen bewerten und so. Und du sollst so die Mixtur der Wurst oder der Cola nicht so richtig rausfinden. Und sie wollen auch keine Earnings-Cores machen, weil sie dann eventuell ankündigen müssten, wen sie eventuell kaufen können oder welches Segment als nächstes eine Übernahme macht. Und das alles sind eigentlich Insights, die sie dem Markt nicht geben wollen. Und das ist nicht vollkommen abstrus, natürlich das zu behaupten, aber ich finde, dass, wenn man an der Börse ist, auch sich Mühe geben sollte, Transparenz zu schaffen. Und ich würde mich nicht wohlfühlen, da zu investieren. Ich verstehe, warum es eine attraktive Aktie ist und dieses Vibes ist ungut gelaufen. Aber ich kann nicht behaupten, selbst wenn ich jetzt, glaube ich, vier Stunden mehr darauf verbringe, werde ich nicht behaupten können, dass ich das Geschäft, bis auf das, was wir gerade gesagt haben, darüber hinaus gut verstehe. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen mit der Zeit, aber eigentlich mag ich so die Intransparenz nicht. Dann kannst du auch LP bei irgendwie Toma Bravo oder Vista Partners werden. Dann kriegst du auch 20% Return und machst letztlich das gleiche Geschäft, wenn man so möchte. Oder vielleicht sogar besser, obwohl vergleichbar. Naja, egal. Also bei Private Equity, dass du auch direkt in den Software-Private-Equity-Fonds investieren kannst. Dann lass uns zu einer Aktie gehen, die dir die Woche gerettet hat. Yes. Bessere Laune. Yes. Cloudstrike. Wie sieht es bei denen aus? Ich habe nur einen Link bekommen, da war viel grün. Zeig das mal den Hatern. Wie Cloudflare und Cloudstrike abgeliefert haben. Abgegangen. Abgeliefert haben diese Saison. Genau. Crowdstrike ist ein breit diversifizierter von der Produktvielfalt Cyber-Security-Anbieter. Ich habe einen Teil meines Hauptdepots in der Aktie, der Transparenz. Aber es war ja so, dass du insbesondere durch die Earnings von Palo Alto Networks die Cyber-Security-Brunschen so ein bisschen belastet waren. Weil man dachte, hm, ist das jetzt schon wieder vorbei mit dem Cyber-Security-Kram. Obwohl ich und andere ja überzeugt sind eigentlich, dass der Markt insgesamt viel Rückenwind hat. Und einfach gesagt konnte Crowdstrike, die so ein bisschen mit abgestraft wurden mit Palo Alto Networks, sehr gut beweisen, dass sie sozusagen gegen welche Krankheit auch immer Palo Alto Networks befallen hat, sie komplett immun dagegen sind. Und dann eher noch schneller wachsen dadurch. Und das erklären sie selber so. Also sie waren noch nicht zimperlich mit Palo Alto Networks in ihrem Earnings-Call und haben mehr oder weniger gesagt, dass sie mehr und mehr Deals gegen andere Player, ich weiß nicht, ob sie sie namentlich genannt haben, aber sie haben so gesagt, da wo andere Deals verlieren, gewinnen wir am Ende. Und damit einerseits gesagt, bei uns betrifft das die Probleme in der Branche nicht. Oder wir sind sogar der Grund, warum andere verlieren, könnte man auch sagen. Der CEO ist ja ein relativ kompetitiver Typ, kann man glaube ich sagen. Das ist der Rennfahrer. Neulich habe ich mal aus Versehen gesagt, dass der andere Rennfahrer ist. Aber der Crowdstrike-Dude ist natürlich der Rennfahrer. Bei Snowflake habe ich es, glaube ich, aus Versehen gesagt. Genau. Auf jeden Fall wächst Crowdstrike jetzt in dem vierten Quartal nochmal um 33 Prozent. Das ist ganz klein, ein bisschen langsamer als im Vorquartal. Aber so ein sehr langsamer Verfall der Wachstumsrate von 34 auf 33 Prozent Wachstum. Die Rohmarge allerdings verbessert sich um fast drei Prozentpunkte von 72,4 auf 75,3 Prozent. Das entspricht, also man kann auch sagen, der Rohertrag wächst um 38, obwohl der Umsatz nur um 33 Prozent wächst. Und gleichzeitig die Kosten steigen nur um 16. Also wir haben 38 Prozent mehr Rohertrag, aber nur noch 18 Prozent mehr operative Ausgaben. Und dadurch verbessert sich das Ergebnis von minus zehn Prozent auf plus dreieinhalb. Das heißt, sie sind jetzt noch deutlicher als im Vorquartal. Break even. Nach Gap inklusive aller operativen Ausgaben und, und, und. Share-Base Compensation machen sie dreieinhalb Prozent Gewinn im Q4. Und werden das Gesamtjahr, das nächste Gesamtjahr natürlich auch mit Gewinn abschließen. Das ist sehr gut absehbar. Nach Zinsen machen sie, also nach Finanzergebnis machen sie sogar sechs Prozent positive Marge. Der operative Cashflow ist sogar bei 33 Prozent des Umsatzes. Also sehr, sehr hoch profitabel. Ihre Rule of 40 ist das dritte Quartal in Folge angestiegen. Das ist insofern erwähnenswert, dass wir wissen, dass es gerade nicht für Software insgesamt nicht unbedingt einfacher wird. Aber die waren mal früher über 100 bei der Rule of 40, lange her, vor drei, zwei, drei Jahren. Dann sind sie runtergegangen auf 62 im vorletzten Quartal. Und jetzt ist sie aber auf 66 schon wieder hochgegangen in zwei Schritten. Also die Kombination aus Wachstum und Profitabilität verbessert sich nochmal. Die Magic Number ist mit 0,8 extrem gut. Die, was sehen wir noch, EAA wächst mit 34 Prozent. Haben sie Billings? Ne, kann ich nicht sehen. Die DB NEA geben sie natürlich nicht mehr an. Oder ich habe sie, glaube ich, nicht gefunden. Aber also unterm Strich beim Wachstum, bei der Guidance, haben sie sehr viel Konfidenz ausgestrahlt. Und schlagen alle Erwartungen. Und deswegen ist die Aktie, was ist die hochgegangen? Ich glaube, 24 Prozent zwischenzeitlich oder so. Ganz saftig. Auf jeden Fall. Sekunde, ich gucke nochmal, wie wir insgesamt so liegen. Hat ein bisschen abgegeben gleich wieder danach. Also sie hat vor den Earnings verloren, muss man fairerweise sagen. Dann ist sie sehr stark hochgegangen. Und jetzt hat sie aber ein bisschen was abgegeben, weil es scheint so ein Marktklima zu sein. Auf Jahressicht ist man auf jeden Fall, äh auf, nee, Jahressicht im Sinne. Also seit Jahresanfang ist man mit 35 Prozent im Plus, äh, letzte zwölf Monate 160 Prozent, äh, im Plus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich kriege bald wieder ein Mittagessen von jemandem. Ähm, ein sehr teures. Wann bist du rein zum IPO? Mitte 2019? Ich kann mal gucken, ob ich das so schnell nachvollziehen kann hier, ohne mich jetzt in meine Bank einzuloggen. Sekunde. Also ich bin nicht so weit im Plus wie bei, äh, Cloudflare. Sekunde. Crowdstrike habe ich, also bin ich hundertprozentig sicher, ob das stimmt, aber so in meiner Watchlist habe ich es am 30. Meistens ist das, wann ich es auch gekauft habe, ach nicht, weil ich habe mehrere Termine hier. Das erste Mal habe ich es für 21, oh, das erste Mal habe ich es für 21 Dollar, oh nee, das ist Cloudflare, Entschuldigung. Das erste Mal habe ich es am 30., äh, am 11.11.20 gekauft. Also, ähm, November 2020 für 106, damals Euro. Und von, die Position hat sich quasi verdreifacht seitdem, könnte man sagen. Ähm, und dann habe ich es nochmal zweimal nachgekauft für ein klein bisschen mehr, nicht signifikant mehr, auch im November 20. Äh, also im gleichen, ähm, Monat. Äh, insgesamt ist sie 152% im Plus bei mir. Ähm, ja. Aber es sind ja auch schon vier Jahre, äh, dreieinhalb Jahre her. Dann, Gratulation, und lass uns zu MongoDB gehen. Genau, Sekunde. Das findet man alles unter doppelgänger.io.sheet, diese Zahlen, worüber wir reden, wenn man das nachvollziehen möchte. Ähm, MongoDB ist ein auf Open Source Software basierender Anbieter. Von, ähm, Datenbanken wächst beim Subscription Revenue um 28%. Das ist nochmal ein klein bisschen langsamer als im Vorquartal, da waren es noch über 30. Ähm, Gesamtrevenue wächst 27%. Da haben 1% Rohmarge aufgegeben. 1% Rohmarge aufgegeben gegenüber dem Vorjahr. Und ihre operativen Ausgaben wachsen auch noch mit 20%. Und sie waren immer sehr stark bewertet, muss man sagen. Also die Zahlen sind gar nicht so schlecht. Ähm, aber auch nicht so gut, dass sie diese Bewertung gerade rechtfertigen. Deswegen haben sie, glaube ich, ein bisschen verloren nach den Earnings. Äh, oder heute gerade. Ich glaube, sie sind heute ein klein bisschen unter Wasser, 7% oder so. Ne, nur noch A, schon wieder aufgeholt auf minus 3. Also am ersten ein bisschen stärker reagiert auf die Zahlen, aber dann sieht es schon wieder besser aus eigentlich. Wie gesagt, Zahlen sind nicht schlecht, aber die Maßstäbe sind doch einfach sehr hoch, an denen sie sich messen lassen müssen. Sie machen noch minus 16% Marge. Aber man sieht eigentlich mit, äh, mit, mit so 27% Umsatzwachstum kommt man natürlich, äh, da auf Probabilität. Äh, Cashflow-positiv sind sie schon, denke ich, müssten sie sein, wenn, ja, 12% positiver Cashflow im letzten Quartal. Das heißt, es geht alles in die richtige Richtung. Die Frage ist jetzt wirklich, äh, wie hoch man das bewertet und wie stark das Wachstum abnimmt. Die, die Guidance vorne raus waren, waren nicht perfekt und deswegen hat es ein bisschen nachgelassen. Ähm, aber das sind jetzt keine Zahlen. Und ich glaube, wer, wer die hat, muss, muss die jetzt auf keinen Fall wegschweißen. Deswegen, ähm, eigentlich weiterhin ganz gute Zahlen, würde ich sagen. Und dann hätten wir noch, ja, was willst du noch wissen? Äh, warum HelloFresh minus 42% abgeraucht ist. Ja, HelloFresh hat eigentlich noch gar keine, also noch nicht die testierten Zahlen rausgegeben, aber sie haben eine Ad-Hotken-Mitteilung am, äh, Donnerstag rausgegeben, wo sie zwar sagen, dass sie ihren, ihre Guidance für dieses Jahr, also für letztes Jahr, für das Jahr, was jetzt reported werden wird demnächst, ähm, ich glaube am 15.3., ähm, dass sie die treffen werden, aber dass sie, ähm, ihre Langfrist, die hatten mal eine Langfristplanung, die hieß, glaube ich, dass sie 2025, also in zwei Jahren, 10 Milliarden Umsatz machen werden und eine Milliarde EBIT, also Adjusted EBIT da, nehme ich an bei, äh, HelloFresh. Und die haben sie einkassiert. Ähm, ich glaube, und sie haben dann, was haben sie, 40% oder so, ne? Sekunde. 42%. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also einerseits, man sieht das ja so ein bisschen in den Zahlen, ne? Also, also die meisten Analysten sagen, das hat sie, ähm, stark überrascht, ähm, vielleicht hat niemand mehr an das Ziel geglaubt, aber dass es dann so schlecht wird, auch nicht. Aber zuletzt, ähm, sind sie ja bei den, bei den Active Customers, ähm, gesunken, bei den, bei der Anzahl der Orders, ähm, und beim Umsatz, Sekunde, was war das letzte, was sie, äh, letzter Umsatz lag auch minus 3%, so in, in, äh, in, ohne Währungseffekte, sieht das immer noch ein bisschen besser aus bei HelloFresh, äh, wenn ich mich recht erinnere, aber der Umsatz war jetzt schon mehr als stagnierend, also ein ganz klein bisschen rückläufig und auch wenn die anderen Zahlen alle ganz gut aussehen, aber dass, dass das jetzt nicht mehr auf 10 Milliarden wächst, ohne Akquisition, war glaube ich, hätte einem eigentlich bekannt, also, was heißt bekannt sein müssen, also in die Zukunft gucken kann man ja nicht, aber das Current Trading sozusagen lässt jetzt nicht vermuten, dass sie kurzfristig oder in zwei Jahren auf 10 Milliarden kommen und dass sie ohne das Wachstum, sagen, das EBITDA, äh, adjusted EBITDA so deutlich verbessern können, das wiederum kann eigentlich auch keine so große Überraschung sein, deswegen überrascht hier vielleicht die Klarheit, ähm, der Mitteilung, also sie sagen, sie landen eher so bei 400, 500 Milliarden, Millionen, ähm, adjusted EBITDA, glaube ich, das wäre auf dem Niveau des jetzigen, ähm, und da ist wahrscheinlich schon eingepreist, dass man eher schrumpfen wird, äh, ein bisschen, glaube ich. Du kannst wahrscheinlich die Preise nicht, nicht noch mehr anziehen, so sagen, sie haben schon eine sehr hohe Rohmarge, ähm, und würden dann vielleicht auch Kunden verlieren in der Zeit, wo, wo sein Geld auch knapper wird. Die, die Frage ist, wie kommt man jetzt zurück zu einem, also kann man zurückkommen zu einem Wachstumskurs? Ich kenne Erstaunen, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute das, äh, regelmäßig nutzen, so, weil ich glaube, ich bin einfach die, überhaupt nicht die Target Audience, ähm, dafür, weil ich viel selbst einkaufe und viel selbst koche, aber, und ich finde es eigentlich ein total gutes Produkt, einfach weil alles, was Leute mehr zum, äh, mit frischen Zutaten kochen bringt und nicht prozessiert und essen, ähm, da stehe ich 100 Prozent dahinter, ähm, auch wenn man dann vielleicht, äh, ein bisschen mehr dafür zahlt, aber es fehlt wahrscheinlich so ein bisschen der neue Rückenwind, der neue, äh, Trend. Hat sehr stark von Corona profitiert natürlich, das wissen wir noch, da ging, da ging es sehr stark ab, aber jetzt verflacht das Wachstum oder ist sogar leicht ruckläufig. Ja, und richtig langfristig kann man sich den Trend auch nicht vorstellen. Also, wir leben noch in einer Welt, in der mehr und mehr Services gekauft werden und man einfach mehr und mehr fürs Essen zahlt. Also, Essen geht und, oder halt, liefern lässt. Ja, ich meine, fairerweise, das Essen kaufen wird teurer, das Liefern wird teurer, das Essen im Restaurant wird teurer durch die Mehrwertsteuererhöhung, zumindest in Deutschland. Man kann auch sagen, gegessen wird immer, so der Markt wird nicht kleiner. Die Frage ist, welche Konzepte essen jetzt gerade sozusagen in den Marktanteil von Fellow Fresh rein? Also, ist es, dass Leute noch mehr convenient sind oder dass sie wieder mehr auf Erlebnisse setzen und rausgehen oder dass sie sich gern flüssig ernähren, äh, stattdessen und eine Mahlzeit, äh, in sich reingluckern, statt, ähm, zu kochen? Ähm, sind sie wieder gestresster und, äh, haben nicht mehr die Ruhe und Zeit, äh, in Ruhe zu kochen abends? Ähm, können viele Faktoren eine Rolle spielen, das weiß Hello Fresh bestimmt besser als wir, aber... Pommes und Tiefkühlpizza. Ja, ich, man kann schon sagen, ein gutes Essen selber kochen ist so ein bisschen ein Luxusproblem. Das sollte es natürlich nicht sein. Also, das ist ganz schlimm, wenn das so gesehen wird eigentlich. Aber, ähm, ich glaube schon, dass du in Zeiten mit mehr Stress, mehr Arbeit, vielleicht wenig wirtschaftlicher Sicherheit, ähm, dann wieder einfache Sachen auch machst. Und, äh, vielleicht auch so ein bisschen der, das Work from Home. Also, Hypothese mal, wenn du Work from Home machst, dann hast du ja einen sehr geregelten Tag irgendwie, ne? Du machst jeden Tag gleich in Abläufe und dann kochst du vielleicht auch zu Hause, um so ein bisschen ein kleines soziales Event zu haben oder so ein kleines Highlight, was nicht aus Arbeit besteht. Ähm, und wenn du jetzt mal wieder ins Büro musst, dann drückst du halt doch mal wieder den Burger auf dem Heim, oder gehst mal wieder mit Kollegen und Kolleginnen essen, du drückst mal wieder Burger, dann nimmst du noch eine Pizza auf dem Heimweg mit nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Ähm, vielleicht. Also, ein Grund, warum ich viel koche, ist, weil ich viel zu Hause bin. Könnte aber auch das Gegenargument sein, wenn du den ganzen Tag von zu Hause arbeitest, da musst du abends vielleicht mal rausgehen, damit dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Könnte man auch sagen, ja. Ja, ja. Naja. Ich glaube einfach, die Leute kochen weniger in Zukunft. Also, so, da gibt es bestimmt Studien von den letzten Jahren, Jahrzehnten und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwie ändern wird. Ja, aber dann müsste ja Gastronomie boomen, aber das tut es ja auch nicht. Die klagt ja auch. Schimpfen wie die Rohrspatzen. Und billiger wird das auch nicht. Ähm, ich glaube, es ist im schlimmsten Fall wirklich wieder mehr prozessiertes Essen oder substituiertes Essen im schlimmsten Fall. Ähm. Ja, oder es ist einfach Social Media und Aldi. Also, du siehst jetzt die Rezepte halt online und kannst sie dir günstiger nachmachen. Ja, das ist die andere Frage, ob HelloFresh so eine Art Tinder ist, dass du Leute auch, also, du datest sie mit Kochen eigentlich und wenn sie sich wirklich ins Kochen verlieben, dann werden sie ja irgendwann eigenständig und, äh, entdecken so diese verdeckten Marktplätze, die Marktstände heißen oder, äh, Lebensmitteleinzelhandel, wo man diese Lebensmittel auch kaufen kann und, äh, diese Rezepte gibt es offenbar auch kostenlos im Internet. Ähm, es kann natürlich sein, dass du so eine Art natürliche Churn im Modell hast, dass wenn Leute sich wirklich in Essen verlieben oder in Kochen, ähm, dass sie dann vielleicht auch irgendwann HelloFresh untreu werden. Ähm, und andere vielleicht, für andere ist es auch einfach gar nicht, ähm, funktioniert. Aber so oder so, also ich finde jetzt komisch, was, diese 40%, ne, dass du da jetzt fast, fast die Aktie halbierst, ich finde ja schon, dass man das hat, also, das ist in den Zahlen ja absehbar gewesen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das so, so schnell jetzt geht. Ich will jetzt auch nicht dagegen wetten wieder, aber es fühlt sich für mich erstmal wie eine Übertreibung an, ehrlich gesagt. Ähm, weil, wie gesagt, dass es dann eine Stagnation gab, das war vorher absehbar. Da muss man, da braucht man nicht die Ad-Hoc-Mitteilung für, meiner Meinung nach. Werden denn Dokumente noch online unterzeichnet oder ist jetzt auch wieder alles auf Papier? Ähm, nee, nee, das geht hoffentlich weiter. Ähm, die Frage ist, wie weit das noch wachsen kann oder, ähm, ob nicht jeder, der Bock darauf hat, jetzt schon mehr oder weniger online ist. Du sprichst über DokuSign, auch damals ein großer Corona-Gewinner zwischendurch, dann auch sehr gescholten Anfang, Anfang des Jahres, glaube ich mal, im Gespräch für eine Übernahme von Bain und, wer wollte es kaufen? Ich weiß nicht mehr. Ähm, einer war Bain, glaube ich. Ähm, und zwar, äh, DokuSign ist eSignage, heißt das Signage? Keine Ahnung, also unterschreibst halt Dokumente online. Ähm, die wachsen, ihr Subscription-Umsatz wächst noch mit 8%, also nicht, nicht mehr zweistellig, aber schon sehr regelmäßig, ne, teilweise über neue Features, Preiserhöhungen, ähm, schon auch noch über neue Kunden, glaube ich. Sekundenanzahl der Kunden wächst noch um 40.000 im Vergleich zum Vorjahr, Enterprise-Kunden sogar um 9.000. Und was habe ich hier ausgerechnet? Das ist wahrscheinlich die Ender, äh, Durchschnittsumsatz pro Kunde, ist im Quartal bei 1,0, können wir nochmal annualisieren? Sekunden, na, mach ich jetzt nicht. Ähm, aber 1,8, äh, 1000 Dollar im Quartal gibt der Durchschnittskunde aus. Ähm, 8% Wachstum, wie gesagt, die Rohmarge, ähm, 79,2 anständig, wobei man sich fragt, warum die nicht noch größer ist, oder? DocuSign, also, sorry, das, ähm, Dokumente im Netz hosten und da fragt man sich, warum die, vielleicht nutzen die irgendwelche Third-Party-Services, ähm, die, also, dass sie vielleicht das Storage irgendwie von Box oder sowas nutzen, äh, als White-Label. Ich wundere mich, warum die Rohmarge so niedrig ist. Also, ich hätte, DocuSign, hätte mich blind gefragt, hätte ich gedacht, dass sie bei 85 bis 90 sein können, weil das Produkt ja eigentlich relativ unterkomplex ist, ähm, aber, na gut, ähm, so, ihre operativen Ausgaben haben sie ja gut im Griff, da haben sie zwischendurch mal restrukturiert, oder sie sind eigentlich ständig am, ich glaube, die machen die dritte Restrukturierungswelle gerade, ne, man sieht immer, äh, dass da die, die operativen Ausgaben teilweise sogar geschrumpft sind, also, dass man Entlassung hatte, jetzt gehen sie im Vergleich zum Vorjahr wieder um 6% hoch, aber das ist deutlich, nicht deutlich, aber ein klein bisschen niedriger als der Umsatzanstieg, so hat sich das Ergebnis nochmal ein klein bisschen verbessert, ähm, machen kleinen Ergebnisbeitrag von 10 Millionen pro Quartal jetzt, ähm, das ist nur 1,4% Marge, aber auf dem Gesamtjahr sind sie auch positiv, äh, und operativer, genau, also, sie sind ganz knapp, äh, positiv nur, aber, schaut man jetzt mal in den Sekunde, äh, operativen Cashflow, der liegt bei fast einer Milliarde im Jahr, und die Bewertung ist 11 Milliarden, und sie können haben ja Schulden, ne, nicht, nicht, wesentlich, das heißt, eigentlich sind sie nur mit 10, 11 Mal operativen Cashflow bewertet, und deswegen interessieren sich vielleicht auch die Private Equity Firmen, weil das damit, also, das heißt ja, sie sind schuldenfrei, sie machen eine Milliarde operativen Cashflow, das heißt, du kannst sie jetzt für 13, 14 Milliarden übernehmen, 5, 6 Milliarden Schulden vielleicht drauflegen, ähm, und hättest wahrscheinlich eine gute Chance, die, die Schulden über die Zeit zurückzubezahlen, und vielleicht kann man noch mehr kosten, äh, ich nehme, also, der Fakt, dass sie immer wieder diese neuen Entlassungswellen machen, weiß nicht, ob sie sich mit allen Mitteln gegen die Übernahme sträuben wollen, und deswegen selber entlassen, damit, also, wenn du als Bain da raufschaust, und die lassen die Leute, die entlassen die Leute selber, dann weißt du natürlich, dass du deinen Banken jetzt nicht mehr erzählen kannst, wir entlassen einfach 10% der Leute, und dann, äh, wird es ein super Deal, weil du Kostan dasselbe machst, das kann auch immer, so ein bisschen eine Verteidigung, also, wenn du nicht übernommen werden willst, das kann ja total spannend sein für die Aktionäre, die 40% höher zu haben, die Aktie bei der Übernahme, aber du kannst natürlich sagen, ich mache jetzt alles, was ein Private Equity machen würde, schon mal selber, ich mache ein paar leichte, äh, Preiserhöhungen, äh, ich schmeiße mal 10% der Leute raus, ähm, und ich nehme, ja, gut, Schulden aufnehmen würde für sie keinen Sinn machen, äh, weil sie ja Cashflow-positiv sind, aber, ähm, vielleicht wollen sie dem auch schon sozusagen ein bisschen vorgreifen, aber so oder so macht es natürlich auch Sinn, dass sie ihre Kosten nicht, nicht schneller als die 8% äh, wachsen lassen, die sie im Umsatzwachstum haben, ähm, aber ansonsten sehen die Zahlen, ähm, ganz gut aus, obwohl du Kostan-Aktionäre, also, wenn du da irgendwann während Corona eingestiegen bist, dann wirst du noch ein paar Jahrzehnte warten müssen, glaube ich, bis du dein Geld wieder siehst, äh, befürchte ich. Du warst da während Corona mal dran, oder? Ja, eine Zeit lang, aber, ähm, ich habe irgendwann den Abstieg, äh, geschafft noch, glücklicherweise. Warst du jemals bei Samzara drin? Äh, war ich mal, aber musste ich irgendwann aus Liquiditätsgründen verkaufen, aber die haben, glaube ich, sehr gut abgeliefert auch, ähm. Ja, hättest du mal behalten sollen. Ja, sind wie hoch, 3-4% heute hoch, oder mehr inzwischen? Äh, ich sehe hier 14%. 14%, ach krass. Ähm, haben auch sehr, also sie haben ihre, ihr Umsatzwachstum beschleunigt, die waren auf 40% Umsatzwachstum runter, sind jetzt wieder bei 48, das passiert nicht alle Tage, ne, dass du nochmal deutlich schneller den Umsatz beschleunigst, ähm, Rohmarge um 2,5% Punkte verbessert von 72,5 auf 75% Rohmarge und da ist so ein bisschen Hardware inkludiert, das heißt, die Softwaremarge ist wahrscheinlich deutlich höher, aber die, also, Samzara macht so Trackingboxes für Equipment, also für vom LKW bis zum Lieferwagen oder aber auch ein Bagger oder eine Raupe oder ein, ähm, was jetzt sonst noch, Traktor, keine Ahnung, also so ein bisschen Fuhrparkmanagement, äh, Ziel ist dabei immer höhere Wirtschaftlichkeit, bessere Berechenbarkeit, ähm, grünere Fußabdruck, also, ähm, Fuel sparen, wie so ein bisschen Treibstoff sparen, ähm, grüner, sicherer, billiger oder effizienter, sozusagen, ähm. Vor allem weniger Diebstahl. Äh, das auch sicherlich, genau. Und deswegen brauchen sie einerseits so Dashcamps und Geräte dafür, deswegen, äh, hat man ein bisschen Hardware-Aspekte drin, aber trotzdem ist die Rohmarge, äh, 75%, was dann ja auch bändisch spricht. Sie haben jetzt, achso, sie haben, die operativen Kostensteigerungen kann man nicht so gut beleuchten, weil sie haben so einen Sondereffekt, sie mussten irgendeinen, ähm, Gerichtsfall setteln, äh, also außergerichtlich einigen, deswegen sind das einmalige Kosten von rund 70 Millionen angefallen. Ansonsten wären sie so, ich glaube, minus, ich würde schätzen, minus 20% operative Marge noch, aber das ist ja total okay, wenn man 48% wächst auf der anderen Seite. Von daher ist das eigentlich, äh, geht das in die richtige Richtung. Also sie verbessern ihre Profitabilität und wachsen auch sehr schnell. Ich gucke mal auf die Rule of 40. Ja, die ist 53 Sekunden, ist die richtig berechnet? Äh, ja, würde ich sagen. Ähm, also auch hier die über vier Quartale hat sich die Rule of 40 verbessert, weil sie entweder schneller wachsen oder deutlich profitabler werden pro Quartal, äh, immer. Ähm, achso, Inventories habe ich gar nicht reingetragen. Naja, aber, ähm, Kundenanzahl, so viele Kunden gewonnen wie noch nie, 185 neue Kunden, über 100.000 Euro, also nur die großen Kunden, sind sehr gute Zahlen. Wundert mich nicht, dass die zweitestellig steigen, also so die Beschleunigung beim Revenue, die Profitabilität würde man, oder ansteigende Profitabilität würde man sehen, wenn es diesen Sondereffekt jetzt nicht gäbe, dieses Quartal. Ähm, ähm, operativer Cashflow ist diesem Quartal ja so negativ, aber das liegt auch an der Einmalzahlung, ähm, ansonsten wäre der Cashflow auch schon positiv. Ähm, hat sich, glaube ich, auch sehr gut entwickelt. Sekunde, wie heißt das? IoT ist kürzlich, ne? Ähm, Sekunde, ich gucke mal kurz. Auf ein Jahr hättest du 86 Prozent gemacht, allein dieses Jahr 25 Prozent. Ähm, also schon noch ein bisschen über Nasdaq. Genau. Gute, sehr solide Zahlen abgeliefert. Fabian Tausch hat sich den Handelsregister angeschaut und den Jahresabschluss von Personio gesehen. Wie interpretierst du die Zahlen von 2022? Ja, also was neu ist, sozusagen, dass man jetzt im Handelsregister von der, ähm, Personio Group SE heißt es, glaube ich, den Umsatz und Jahresfehlbetrag sehen kann. So die Historie war, in 2017 hat man rund zwei Millionen Umsatz gemacht, 2019 9,3, äh, mehr als verdoppelt dann in 20 auf 21,4, nochmal mehr als verdoppelt auf, äh, 50,7 und jetzt 22, also im vorletzten Jahr sollen es rund 95 Millionen gewesen sein, dabei aber auch 147 Millionen, äh, Jahresfehlbetrag, ähm, Fabian schreibt, Umsatz in vier Jahren verzehnfacht, Jahresfehlbetrag verachtfacht, äh, Mitarbeiter versechsfacht, also schon ein bisschen Hebelschein zu geben. Dann gibt's, äh, die, sie erfüllen dieses, äh, Double, Triple, Triple, Double, also man möchte sich, also, Firmen, die zu einem Unicorn werden oder zu einem Decacorn, haben oft die Charakteristik, dass sie, ähm, sich in den ersten drei Jahren verdreifachen beim Umsatz oder, dass sie, sobald sie eine, ich glaube, die, äh, Definition ist, dass, sobald du eine Million Umsatz gemacht hast, solltest du dich noch zweimal verdreifachen und dann dreimal verdoppeln, äh, das ist ein sehr berechenbarer Weg zu 100 Millionen EAA. Genau, Problem ist natürlich, dass sie, äh, zuletzt mit 8,5 Milliarden Dollar bewertet waren, äh, während des, sozusagen, SERP, SERP Zero Interest Rate, äh, Environment Hype. Und da sind sie vermutlich nicht. Also, ähm, Fabian rechnet hier weiter, dass sie nochmal 70 Prozent gewachsen sein könnten. Also letztes Jahr, 22 sind die 90 Prozent gewachsen und er sagt, dass sie vielleicht in 23 nochmal 70 Prozent wachsen. Da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen skeptischer, ehrlich gesagt. Aber selbst dann werden sie noch, äh, viel zu hoch bewertet, äh, weil dann wäre der Umsatz ja bei 160 Millionen und wahrscheinlich, was würde man dem geben? 20 Mal Umsatz? Ich glaube, 20 Mal Umsatz bei der Wachstumsgeschwindigkeit kann man schon 20 Mal Umsatz sagen. Das wären dann ja eher 3, 4, vielleicht, äh, Milliarden und wie gesagt, 8,5 Milliarden war die letzte, ähm, Bewertung. Da würde man sich, also entweder würde man da noch ein paar Jahre brauchen oder sich davon verabschieden müssen. Ich habe ja damals mal so, äh, so ein paar eigene Kalkulationen gemacht und, äh, die habe ich mal so fortgeführt. Also, wenn sie auf diese 95 Millionen gekommen sind, dann glaube ich, sind sie so monatlich um 4, 4, 4, 4 und ein Viertel Prozent gewachsen. Letztes Jahr, also davor waren es, in dem Jahr davor müssten es so 7 und ein Viertel Prozent gewesen sein. Jetzt noch 4 und ein Viertel. Ich könnte mir vorstellen, dass es runter geht auf mindestens, also auf 3 Prozent oder sogar ein bisschen weniger. Das, deswegen glaube ich, dass sie 2023 eher zwischen 50 und 55 Prozent gewachsen sind und eigentlich ist das schon relativ generös, glaube ich. Das heißt, ich glaube nicht wie Fabi, dass sie auf 160 Millionen Umsatz gekommen sind. Aber, was ja nochmal wichtig zu verstehen ist, ist, dass der Jahresumsatz insofern triegerisch ist, dass man wahrscheinlich so bei Wachstumsunternehmen auch einfach sehr stark auf das ARA schaut und nicht auf den Jahresumsatz. Und wenn man jetzt zum Beispiel in diesem beschriebenen Jahr 2022 diese 95 Millionen Umsatz gemacht hat, dann heißt das aber, dass man im Dezember schon auf einer Runrate, also würde ich jetzt die Dezember Umsätze mal 12 rechnen, dann habe ich ja das ARA, dann ist man auf einer ARA Runrate von eigentlich schon 120 Millionen. Wahrscheinlich, ja. Also du weißt schon, dass du zukünftig mindestens 120 Millionen Umsatz machen würdest, wenn du keinen Umsatz mehr verlierst. Und würde, selbst wenn ich jetzt meine, ich sage jetzt mal 52 Prozent Wachstum für 23, die Zahlen bekommen wir natürlich noch nicht, aber würde ich jetzt die 52 Prozent Wachstum annehmen, das sind 3 Prozent im Monat für 23, dann käme man immerhin auf 170 Millionen ARA schon auch. Das wäre schon relativ gut, glaube ich. Und ja, ich glaube, die 8,5 Milliarden, das würde mindestens noch zwei Jahre dauern. Das heißt, wahrscheinlich muss man so ein bisschen loslassen von der Zahl. Ansonsten, was man noch gut sieht, Fabian schreibt auch, dass wichtige Kennzahlen fehlen. NRA kennen wir nicht, die Magic Number wissen wir nicht. Tatsächlich kann man die Magic Number aber so ein bisschen approximieren, weil wir haben die Umsatzerlöse und wir haben freundlicherweise die Vertriebs- und Marketingaufwendung. Und was man sieht, ist jetzt, wir beschreiben 2021 zu 22. Wie gesagt, 23 kennen wir noch gar nicht, da können wir nur mutmaßen. Aber was wir sehen, ist, dass der Umsatz eben von 48 Millionen auf, komischerweise steht hier ein anderer als den, den wir zuletzt hatten, aber der ist von 48 Millionen auf, Sekunde, ich gucke nochmal, ob es ein anderer ist. Ja, also Fabian hat sich 50,7 abgespeichert, ich auch. Jetzt hier in dem, in der Gewinn- und Verlustrechnung steht auch Umsatz von 48. Also ein klein bisschen unter dem, was bisher reported war, woran auch immer das liegt. Naja, aber der Umsatz ist von 47,7 auf 94,7 gestiegen, also um 47 Millionen. Das heißt, man hat sich tatsächlich verdoppelt. Das heißt, es ist nochmal eine Verdopplung dann auch. Und die Marketingausgaben sind von 37 auf 73 Millionen gestiegen. Das heißt, man kann jetzt ja sagen, sie haben 47 Millionen neuen Umsatz akquiriert. Ach nee, nee, wissen wir nicht. Sekunde, müssen wir anders machen, weil das ist ja wieder nur Umsatz. Wir brauchen ja, Sekunde, kriege ich ja trotzdem hin. Also es basiert dann jetzt auf eigene Berechnung, also keine Gewähr. Aber man könnte sagen, sie haben von 72 auf 119 wären, da sind auch 47, verändert sich gar nicht. Na gut, dann haben wir 47 Millionen neues ERA. Und das rechnen wir durch die Marketingausgaben in Höhe von 73 Millionen. Und dann haben wir eine Magic Number von 64. Bei den Public Companies sieht man gerade keine bessere im Schnitt, glaube ich. Also es gibt einige wenige, die schon wieder Richtung 1 laufen. Aber diese hier sagen, 64 ist nicht großartig, aber die ist auch nicht wild ineffizient. So kann man schon sagen, hat noch Product Market Fit. Ist nicht ganz günstig erkauft, der Mehrumsatz. Aber wenn sie gute Revenue Expansion dahinter haben, also jetzt müsste man tatsächlich die NRA wissen, wie gut die Revenue Expansion dahinter ist. Also was geben die Kunden im nächsten und übernächsten Jahr dann aus, wenn sie einmal Kunden geworden sind bei Personio. Aber ich würde sagen, das Marketing sieht noch effizient aus. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie da vielleicht auch weiter auf dem Gas bleiben. Was man aussieht, ist, dass die Forschung und Entwicklungs-, also R&D-Ausgaben von 28 auf 57 Millionen relativ stark erhöht werden. Also wir haben noch viel investiert in R&D. Da wird man vielleicht ein bisschen sparen in 23 gespart haben. Also nicht gespart im Sinne von absolut weniger ausgegeben, aber weniger stark aufs Gas gestiegen sein. Genuine Admin ist schon nur noch von 46 auf 62. Das ist so ein Viertel, oder? Auf so ein Viertel angestiegen. Also da gibt es schon Operating Leverage, dass man die da ein bisschen spart. Von daher wird der Fehlbetrag sich, glaube ich, nicht verbessern, aber die operative Marge sollte sich verbessern. Und aus Marketing-Sicht sieht es erstmal, wie gesagt, nicht günstig, aber auch nicht absurd aus, wie sie das Revenue gerade erkaufen. Von daher bin ich schon noch optimistisch, dass sie da irgendwann reinwachsen können. Aber bis sie bei 8,5 Milliarden sind, wird es einfach ein bisschen dauernd. Ich weiß aber noch nicht, ob das der Anspruch ist. Natürlich würden Investoren das immer gern sehen, sicherlich. Aber vielleicht hat die auch eine Zwangsverzinsung, also eine Garantieverzinsung sowieso drin, dass man eventuell auch bei 4, 5 Milliarden irgendwann einen Börsengang machen kann. Ich frage mich gerade, ob es irgendeine Firma gibt, die die letzte Runde halten kann. Es gibt schon welche, die da reinwachsen, glaube ich. Kommt auch darauf an, wie überzogen das war. Personio war natürlich, weil du da auch viel Geld deployen konntest, war es natürlich auch besonders spannend. Also so ein Tiger oder Softbank muss ja auch echt viel Geld loswerden. Deswegen ist es vielleicht nochmal spannender gewesen auch. Ja. Also ich bin mir sicher, dass in 2023 werden sie weder ihren Umsatz verdoppelt haben nochmal, aber sicherlich die Kosten auch nicht nochmal verdoppelt haben. Achso, wir können ja mal hier bei LinkedIn gucken, wie so so ein bisschen kann man das ja approximieren, auch über die Anzahl der Köpfe. Ja, also von März 22, was gucken wir denn von, sagen wir von September 22 auf September 23, haben sie noch 20 Prozent. Sie können ja von 1,55 auf 1,9, ja sind so ungefähr 20 Prozent vielleicht noch beim Headcount zugelegt. Das heißt, die Kosten werden viel moderater steigen, würde ich annehmen. Generate Admin haben wir auch gesehen, dass das eher so in dem Bereich steigt. Ich denke, R&D werden sie nicht mehr so krass geheiert haben zuletzt. Irgendwann musst du ja auch mal mit bestehenden Menschen ein paar neue Features hinbekommen und kannst nicht immer mehr neue Leute heiern. Sie haben auch announced, dass sie sich von 100 Entwicklern irgendwie getrennt haben. Ja, das passt dann ja dazu. Vor ein paar Wochen. Und kann sein, dass sie natürlich noch mal Geld brauchen, bevor sie irgendwie Richtung Börse gehen kann. Muss mal gucken. Sie haben schon, ich glaube, es waren noch Schulden irgendwo auf dem Balance Sheet. Sekunde, lass mal kurz gucken. Ja, 250 Millionen Sekunde. 180 Millionen langfristige Schulden, dann so ein bisschen Lieferung und Leistung, pipapo. 50 Millionen sonstige Finanzverbindlichkeiten, das könnte irgendein Darlehen sein. Achso, und 23 kommt ja auch noch. Ja, also ein bisschen Schulden liegen auch schon drauf. Die ziehen das Ergebnis natürlich auch schon ein bisschen mit runter. Das sieht man auch. Also allein 22 war das Finanzergebnis schon 15 Millionen negativ auch nochmal. Das ist auch ein Teil sozusagen des Vielbetrags. Aber von der Wachstumstraktion sieht es erstmal noch total gesund aus, würde ich sagen. Wie sieht es aus bei Elon versus OpenAI? Da sind die Woche ein paar E-Mails von der Zeit, kurz bevor Elon OpenAI verlassen hat, aufgetaucht. Beziehungsweise OpenAI hat es öffentlich auf ihrem Blog veröffentlicht. Irgendwas Interessantes? Ja, der Kontext ist ja, dass, wie wir letztes Mal erzählt haben, dass Elon Musk OpenAI verklagt, weil er glaubt, als früher Investor getäuscht worden zu sein, weil OpenAI seine Non-Profit-Mission verlassen hat und zu einem For-Profit geworden ist. Und deswegen wurde er getäuscht, seiner Meinung nach, als Investor und verklagt Sam Altman und OpenAI. Wir haben schon erklärt, dass er selber mal einer der Funder, also der Finanziers von OpenAI am Anfang war, dass er ein Board-Seed hatte bei OpenAI und dass er die Kontrolle über OpenAI wollte. Er wollte CEO werden, er wollte die Mehrheit haben. Als er die nicht bekommen hat, ist er gegangen oder musste gehen, das weiß man nicht richtig. Und es sah letzte Woche schon nach einem sehr schlechten Verlierer aus, der jetzt vor allen Dingen entweder einen Teil wieder daran haben wollte, was er mal selber hat gehen lassen oder einfach OpenAI behindern oder einfach dafür sorgen, dass auch einfach schlechte Presse über OpenAI rauskommt, weil in so einem Verfahren natürlich immer Dinge aufgedeckt werden, die man eigentlich nicht will, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Und man könnte mit Fug und Recht sagen, OpenAI ist jetzt in die Gegenoffensive gegangen, indem sie interne E-Mails offenlegen, wo sie relativ gut dokumentieren, dass Elon Musk selber vorgeschlagen hat, eine For-Profit-Organisation daraus zu machen, mehr Geld zu raisen, als man geplant hätte, dass er ein mehrheitlicher Eigentümer werden wollte, dass er die Board-Kontrolle haben wollte, also die Mehrheit der Sitze im Board und CEO werden wollte. Also was er OpenAI vorwirft, ist, dass sie a von Non-Profit auf For-Profit geswitcht sind und dass sie sich haben vereinnahmen lassen von Microsoft, also dass sie quasi eine Subsidiary, eine Unterbeteiligung von Microsoft geworden sind durch den letzten Deal. Und was er eigentlich wollte damals und was OpenAI jetzt sozusagen damit öffentlich macht, ist, dass, und er sagt quasi, statt, die andere Sache, die er vorwirft, ist, die Mission von OpenAI war es AGI, also Artificial General Intelligence, Superintelligence, sofern man sie entwickelt, für möglichst viele Leute verfügbar zu machen und sie sicher zu machen und stattdessen hätte man sich jetzt mit so einem Corporate-Giganten ins Bett gelegt. So, das ist der Vorwurf. Und in diesen E-Mails steht eben auch, dass, nachdem es nicht geklappt hat, dass er die Mehrheit der Firma übernommen hat, sie zu einem For-Profit machen wollte und die komplette Kontrolle haben wollte, dass er dann vorgeschlagen hat, dann lasst uns doch mit Tesla Merchant. Also er wollte gern der Corporate-Gigant sein, der die Firma schluckt und sich vereinnahmt. Das heißt, wofür OpenAI jetzt verklagt ist, dass sie mit jemand anderem machen wollten, was er gemacht hat. Es geht, also die These, dass ihm daran gelegen ist, dass das ein Non-Profit bleibt, ist einfach nicht haltbar. Das ist wie so oft einfach gelogen. Er ist einfach nur enttäuscht, dass Sam Altman mit Microsoft geschafft hat, was er mit Sam Altman nicht vereinbaren konnte damals. Und sieht dabei extrem, ja, weiß nicht, ob er extrem schlecht ist. Hinzu kommt natürlich, dass er sicherlich auch sauer ist, weil OpenAI ihm Andrik Kapati, den sein Chief AI Engineer, der das Self-Driving bei Tesla verantwortet hat, weggehiert hat. Der ist ja sozusagen ein sehr hoher Mitarbeiter bei OpenAI jetzt geworden. Das lag vielleicht auch zusätzlich noch an ihm. Und man muss jetzt fragen, wer sieht in dieser ganzen Discovery schlechter aus am Ende? Es ist wirklich Open, also es war ja so ein bisschen zu befürchten, dass auch unangebenehme Wahrheiten über OpenAI dabei rauskommen. Aber im Moment sieht es eher aus wie ein weiterer, unforcierter Fehler von Elon Musk, den er vollkommen unnötig gemacht hat, um, ich denke, dem Ruf zu schaden von OpenAI. Aber das Gute ist, er muss einen Ruf schaden wahrscheinlich nicht wirklich riskieren, weil es ist der Ruf erst ruiniert. Apropos, ich durfte ja unfreiwilligerweise wegen GDL-Klaus die letzten, nicht die letzten zehn Stunden, aber in den letzten zwei Tagen mehr als zehn Stunden auf der Autobahn verbringen. Und bin auf der A2 in schönem Munsterland und zurückgefahren. Und auf der Rückreise, also du weißt ungefähr Münster, Berlin, wie weit das so ist, ne? Schätz mal, wie viele Sattelschlepper mit Teslas drauf mir. Also, sagen wir, Tipp, es passen so zwischen sechs und acht, maximal zehn. Ich glaube eher zwischen sechs und acht Autos auf einen Sattelschlepper. Schätz mal so, und ich habe jetzt vielleicht nicht jeden wahrgenommen, aber schätz mal, wie viele Tesla-Sattelschlepper mir entgegengekommen sind. Wahrscheinlich zehn. Ich würde sagen, deutlich mehr sogar noch. Aber ist das nicht eine gute Nachricht? Also 20 bis 30 sind mir aufgefallen und wahrscheinlich waren es noch mehr. Finde ich schon krass was. Aber ist das nicht eine gute Nachricht? Werden die Autos dann nicht verkauft und ausgeliefert? Ja, ich finde es beeindruckend. Also du fährst ja quasi Richtung Berlin und merkst, dass die Giga Berlin diese ganzen Autos ausspuckt. Aber dass das in so ein Massen ist, war mir ehrlich gesagt nicht klar. Und ich habe dann gegoogelt, schätz mal, was der Ausstoß von der Giga Factory Berlin ist. Also wie viele Autos da am Tag rausrollen? Am Tag 10.000? Nee, ganz so viel noch nicht. 750 aber. Aber das ist alle zwei Minuten Auto, wenn man es umrechnet, glaube ich. Warte. 750 durch 24 sind 30. 30 pro Stunde sind es alle zwei Minuten Auto. Oder was das für ein logistischer Aufwand ist, die alle auf Sattelschlepper sind. Die haben ja leider, ich glaube, die bauen noch an der Bahnanbindung. Aber es ist echt krass. Also du siehst mehr Tesla-Sattelschlepper mit Teslas drauf als Flixbusse. Das ist schon wild. Das wird ja fast Marketing irgendwann. Und dann habe ich aber gegoogelt, dann fährt man ja irgendwann auch so, also an Wolfsburg fährt man nicht direkt vorbei, aber man weiß ja, wo Wolfsburg ungefähr ist, dass es in der Nähe ist, dann wo man vorbeifährt. Und jetzt schätzt man, wie viele Autos da rausfahren an einem Tag. Wie gesagt, 750 oder 4.000 pro Woche kommen aus der Giga Berlin? Wie viele kommen aus Wolfsburg raus? Also aus dem VW-Werk? Fünfmal so viel. Sehr gut, sehr gut. Die schaffen 4.000 an einem Tag. Die siehst du halt nur nicht auf der Straße, weil die eine Bahnanbindung haben. Also siehst du ja, wenn du mit dem ICE durch Wolfsburg siehst du ja immer die Autozüge da stehen sozusagen, die Sattelschlepper, die auf der Schiene fahren, weil die eine sehr gute Bahnanbindung haben. Aber Wolfsburg kommen immer noch fünf, sechsmal so viele Autos raus wie aus der Giga-Fabrik. War mir auch nicht klar. Ja. Man lernt, Faschisten bauen gute Autofabriken. Sowohl die großen als auch die ganz kleinen neuen Faschisten. Das ist so bei mir hängen geblieben. Aber ich war wirklich überwältigt, wie viel von diesen Tesla-Sahle Schlepper nur für Straße siehst. Und dass die alle in unserem schönen Osten gebaut werden da draußen. Ich sehe gerade, dass Novo Nordisk jetzt mehr wert ist als Tesla. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass Novo Nordisk viel an Wert zugewonnen hat. Wahrscheinlich? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Ja. Ansonsten, es gab ja auch diesen Anschlag auf die Stromversorgung der Giga-Fabrik, der natürlich vollkommen Bullshit ist und auch zu verurteilen, was Quatsch ist. Aber, oder nicht aber, und ich glaube schon, dass er zeigt, dass Idalmas' Verhalten, weil ich glaube, der war mehr gegen Idalmas gerichtet als gegen Tesla als Unternehmen, dass sein Verhalten eben doch für alle seine Firmen schädlich ist. Wie gesagt, er soll überhaupt nicht den Anschlag rechtfertigen. Der ist Quatsch und jegliche Art von Gewalt ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, es ist ein weiteres Indiz so ein bisschen dafür, dass die Abneigung gegenüber seiner Person oder vielmehr seinen Handlungen auch ein wirtschaftliches Risiko für seine anderen Unterfangen darstellt am Ende. Naja. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen News aus der Ecke. Keinhorn, also ehemalige Einhorns, die jetzt für weniger Geld verkauft wurden oder verkauft werden, als sie je an Kapital bekommen haben. Der Neueste in der Liste ist Udacity, wurde von einem ehemaligen Google-Ex-Mann Sebastian Thrun gegründet und geht jetzt wohl an Essentia. Ja. Bauen scheinbar ihre eigene AI-Schule damit. Mal schauen, wie viel wir von diesen Deals in den kommenden Monaten so sehen werden. Ja, ich glaube in Udacity sind 300 Millionen oder so reingeflossen, um aufspannen, um eine Plattform für Video-Learning, war das doch, oder? Ja. Ist das nicht das Beispiel eigentlich, was Tim O'Reilly, um jetzt die Brücke, den großen Kreis zu schließen zum Anfang der Sendung? Ich glaube, YouTube hat keine 300 Millionen gebraucht und unterrichtet heute mehr Leute, willentlich oder unwillentlich wahrscheinlich. Man kann schon sagen, hättest du diese 300 Millionen Anreiz gebraucht, um eine gute Lernplattform für Videos zu bauen? Geht das nicht günstiger auch? Ist das nicht auch so ein bisschen kapitalineffizient? Naja, so wurde es angeblich, also die Summe ist nicht bestätigt, aber kolportiert für rund 80 Millionen, also für 80 Millionen wollte es niemand kaufen, so ist glaube ich die richtige Aussage und Accenture hat es dann doch gekauft. Ob die die 80 Millionen bezahlt haben, weiß man nicht, aber ich glaube, es ist relativ klar, was Accentures Aufgabe oder die Aufgabe der großen Unternehmensberatung wird in Zukunft sein, Unternehmen in AI, so wie man von digitaler Transformation gut profitieren konnte als Unternehmensberatung, wird man es von AI-Transformationen tun können in der Zukunft. Und dazu gehört natürlich, das Personal aufzuskillen oder umzuskillen, die Verwerfung innerhalb der Jobprofile, also dass manche Jobprofile weniger gebraucht werden und andere umso mehr. Das sorgt dafür für einen riesen Reskilling-Aufwand und eine Plattform, wo du Menschen quasi die AI-Schnellbesolung gibst oder aus jemandem, der bisher Callcenter-Agent war, dann ein No-Code-Prozess-Ingenieur machst oder so oder Data-Analyst hat wahrscheinlich riesen Nachfrage. Da werden viele Unternehmensberatungen in Zukunft viel Geld mit verdienen. Ich bin an der Plattform beteiligt, die heißt Deckview, die sowas zum Beispiel auch im Bereich so Datenmündigkeit macht oder eben so Data-Scientists ausbildet, sicherlich auch AI-Sachen anbildet. Von daher ist das, finde ich, ein wenig überraschenden Move. Vielleicht Glück für Udacity und Sebastian Thron, dass man davon jetzt immerhin noch profitieren könnte. Das hätte man wahrscheinlich günstiger bauen können. Beziehungsweise man kann ja auch einfach sagen, diese 300 Millionen, die da reingeflossen sind, das müssen ja mal über anderthalb Milliarden Bewertung gewesen sein dann. Die sieht offenbar niemand mehr, diese Videoplattform. Und ich finde es auch schwer nachvollziehbar, warum das so viel wert sein sollte, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, wann wir das über AI-Startups sagen. In fünf Jahren. Wollen wir sagen, die waren mal 10 Milliarden wert und sind jetzt für 80.000 verkauft worden. 80 Millionen. Ja, ja, natürlich wirst du das über Einzelne mal sagen können vielleicht, aber dass die Summe, die in AI investiert wurde, nicht mehrfach zurückgezahlt wurde, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Einfach gemessen an dem Potenzial von AI. Gut, aber du könntest auch sagen, das Potenzial von Lernen, wenn alle Menschen lernen, wie AI funktioniert oder sowas. Also an einem gewissen Punkt glauben wir ja immer diese Bewertung oder gewisse Investoren. Ja, ich würde gerne wissen, was der Bull-Case für Udacity gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich, ja. So ein bisschen B2B, dass Unternehmen dafür zahlen, dass sie es nutzen dürfen. Aber das ist ja auch lustig. Warum glaubst du, dass, also das heißt dann ja eigentlich, dass Accenture glaubt, die gleiche Dienstleistung besser verkaufen zu können als Udacity selber. Weil Fakt ist, niemand hält ein Unternehmen davon ab, diese Udacity-Kurse selber zu kaufen. Eigentlich. Entweder musst du glauben, Accenture ist zu doof, eine Learning-Plattform zu bauen, was, wie gesagt, ich bin in einen investiert. Es scheint mir Menschen möglich zu sein. Das ist, wie jedes Startup, nicht ganz einfach natürlich. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Andererseits nur 80 Millionen ist jetzt auch nicht die Welt. Und man hat sofort was Einsetzbares, was man verkaufen kann. Vielleicht ist es wichtiger, dass du sehr früh einen großen Teil des Mehrumsatzes vereinnahmen kannst, als ob du jetzt 80 oder 20 Millionen bezahlt hast. Weil vielleicht braucht Accenture, um es selber zu bauen, noch anderthalb Jahre und dann ist der Hype auch schon wieder halb vorbei. Aber man muss ja schon sagen, wie gesagt, Unternehmen könnten das auch selber kaufen, wenn sie davon überzeugt sind. Ja. Ich gratuliere schon mal allen Accenture-Mitarbeitern, die suchen, dass sie in Zukunft Leuten die Log-Ins für Udacity erklären können. Oder was denn der Job ist. Wahrscheinlich verkaufen sie es mit. Also als Mitarbeiter oder als Kunde kriegst du einen Zugang und musst erst mal ein bisschen durchklicken. Genau, du baust dir wahrscheinlich ein White-Label. Schön, gibst dir so einen schönen blauen Accenture-Look. Machst ein paar Kurse, machst per AI hinten einen Accenture-Hintergrund in die bestehenden Kurse. So einen Videofreisteller mit, stehst vor so einem Accenture oder die Leute. Nein. Naja. So. Genug. Genug Zeit. Beanspruch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und viel Spaß. Im Wochenende geht raus. Macht Sonne. Bucht euch Sonne. Macht Lichthygiene. Kocht lecker essen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis mit euch. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Auf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank. Schönes Wochenende und bis Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.